Hallo, mein Name ist Dr. Johannes Matiasek, ich bin Facharzt für Plastische Chirurgie. Im heutigen Video besprechen wir das Thema Gynäkomastie, also die sogenannte Männerbrust. Moki, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Was ist bei der Gynäkomastie? Bei der Gynäkomastie handelt es sich um eine Vergrößerung der männlichen Brust. Dies kann verursacht sein durch zu viel Fettgewebe, kann aber auch verursacht sein durch ein zu viel an Drüsenkörper. Der Hauptgrund für ein vermehrtes Volumen des Drüsengewebes ist eine übermäßige Testosteronzufuhr in Form von Anabolika. Was ist bei der Gynäkomastie? Zur genauen Diagnostik sollte vor einem Eingriff ein Ultraschall des Brustdrüsengewebes durchgeführt werden, um festzustellen, wie groß das Drüsengewebe und wie hoch der Fettanteil der Brust ist. Außerdem sollte ein Hormonstatus durchgeführt werden, um zu sehen, ob ein Testosteronüberschuss besteht. Viele Betroffene scheuen sich aufgrund der zu großen Brüste enge T-Shirts zu tragen oder im Schwimmbad mit freiem Oberkörper zu zeigen. Hier kann die Behandlung der Gynäkomastie, also die Operation, Abhilfe schaffen. Der Eingriff an sich, also die Behandlung der Gynäkomastie, passiert entweder in Vollnarkose oder in einem tiefen Dämmerschlaf. Dabei wird, wenn wir zu viel an Fettgewebe haben, auf jeden Fall eine Fettabsaugung, eine Liposuktion durchgeführt. Wollen wir zusätzlich Drüsengewebe entfernen, muss ein Schnitt um die Brustwarze gesetzt werden, um dieses Drüsengewebe hier herauszubekommen. Diese Narbe, die daraus resultiert, ist nach Abheilung kaum sichtbar. Die Operation an sich dauert ungefähr eine Stunde, kann tagesklinisch oder bei Wunsch mit einer Übernachtung durchgeführt werden. Nach der Operation ist es wichtig, dass man für sechs Wochen ein Kompressionshemd trägt, Tag und Nacht, um das optimale Ergebnis zu erzielen. In dieser Zeit sollte man auch auf Training im Oberkörperbereich verzichten. Mögliche Komplikationen können wie bei jedem Eingriff eine Blutung, eine Nachblutung oder auch eine Infektion sein. Nachdem zwei Seiten operiert werden, kann es minimale Ungleichheiten geben, die aber natürlich ausgeglichen werden können. Die Kosten für eine Operation bei Gynäkomastie belaufen sich auf ca. 4000 Euro, abhängig natürlich vom Ausgangsbefund und in welchem Ausmaß die Operation durchgeführt werden muss. Ob die Krankenkasse die Kosten für den Eingriff übernimmt, hängt davon ab, wie groß das Drüsengewebe ausgebildet ist. Handelt es sich um eine unter Anführungszeichen nur Fettbrust, wird die Krankenkasse das nicht übernehmen, haben wir einen großen Drüsenkörper, den wir mit Ultraschall festgestellt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Krankenkasse diese Kosten übernimmt. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Gynäkomastie haben, finden Sie diese gerne in der Infobox. Hier sind alle Informationen nochmals kompakt zusammengestellt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.